Wir sterben. Okay, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Hey ihr Höhlenmännchen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endergames. Wir spielen heute das Kid Crafter, weil wir auf dem Mesabeom sind und ich nicht weiß, ob es hier Bäume gibt. Also wie es aussieht, denke ich schon, dass es hier Bäume gibt, aber wir brauchen uns dann quasi damit nicht zu beschäftigen und können ganz gechillt einfach mal irgendwo hin Kisten ausräumen und Sachen craften. So, zack, erstmal hier nichts bekommen, das ist schon mal sehr cool, denn jetzt sind wir quasi auf Kisten oder Bäume angewiesen, denn aus Sticks alleine können wir uns kein Schwert machen. Da bräuchten wir entweder Holz oder ein anderes Metall. Ähm, das finde ich jetzt echt doof. Das finde ich doof, dass ich jetzt nichts bekommen habe, aber ich hoffe, ich werde noch eine Kiste finden, wo auch was drin ist, was ich brauchen könnte, ja. Ja, ja, Leute, so ist das eben. Oh, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste, ich werde sie mir holen und jetzt bin ich da und sie wird sicherlich verschwinden. Und dann, oh, vier Diamanten. Mein Leben hat noch einen Sinn. So, perfekt. Gut. Jetzt habe ich ein Dierschwert. Ähm, dann mache ich mir gleich noch Boots. Oh mein Gott, nochmal drei Diamanten und fünf Eisen. Oh mein Gott, perfekt. Jetzt können wir uns auch noch gleich hier einen Diamantbrust, äh, einen Eisenbrustpanz machen und einen Diamanthelm. Alter, läuft bei uns. Läuft bei unserer Ausrüstung, würde ich mal sagen. Und dann kann ich mir hier auch noch das hier machen. Gut. Okay, die Schutzzeit ist zu Ende. Ich würde einfach mal sagen, ich mache mich auf den Weg. Dü, dü, dü. Aua. Er trifft mich mit dem Bogen. So, komm her. Wir sterben. Okay, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Jetzt schnell ausrüsten hier. Hatte er was zu essen? Nein, aber er hatte den Bogen. Das ist schon mal gut. Aber ich bräuchte auf jeden Fall noch was zu essen. Hier, hier vielleicht. Okay. Nein, aber leider nichts zu essen dabei. Okay, da vorne ist aber jemand. Den werde ich höchstwahrscheinlich schon schaffen. Ich hoffe es einfach mal. Und jetzt stirbst du. Och, schade, schade, schade. Ich werfe einfach mal eine Enderperle. So, und tot ist er. Hat er vielleicht was zu essen dabei? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mir hier jetzt eine Hose machen. Und Schuhe. Perfekt. Leute, perfekt. Läuft bei uns. Läuft bei unserer Ausrüstung. Also das Kid Crafter. Ist hier auf dieser Map echt gut. Aber wir haben nichts zu essen. Und das ist ein so derber Nachteil. Hey. Ich möchte, dass du stirbst. Bitte. Bitte stirb. Oh, da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel. Den hole ich mir. Den brauche ich nämlich. Oh nein, ich wurde gepottet. Okay. Schnell den Apfel reinpfeifen. Hier ist nämlich jemand. Alter, ihr merkt das bestimmt, dass ich richtig angespannt und nervös wirke. Weil ich habe jetzt schon so lange nicht mehr gespielt. Und dann ist das irgendwie wieder was ganz anderes. Wenn man schon so lange nicht mehr gespielt hat. Und plötzlich spielt man dann wieder. Das ist krass. Das ist einfach nur richtig schlimm. Okay. Er denkt wahrscheinlich schon, dass er sterben wird. Oh Mann, so knapp. Dann. Was ist hier los? Ich bin irgendwie jetzt total schlecht. Oder was geschieht hier mit mir? Ich möchte, dass du stirbst. Okay. Und da ist er tot. Hat er eventuell was zu essen dabei? Ja. Er hatte sogar ein Diamantschwert. Okay. Okay. 47 Blöcke. Jetzt muss ich aber aufpassen. Dann mache ich mir hier schnell ein Diabrus-Panzer. Weil das könnte mir eventuell helfen. So. Gut. Dann bräuchte ich noch was zu essen eventuell. Ich bin so angespannt, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin richtig nervös. Und das ist eigentlich richtig komisch für mich jetzt so, dass ich so angespannt und nervös bin. Weil so bin ich normalerweise auch gar nicht drauf. Und stirbt. Ich bin unten. Das gibt mir den Vorteil. Okay. Und er ist tot. Und da kommt noch einer. Und er staubt mich ab. Und er staubt mich ab, Leute. Das ist doch doof. Er staubt mich einfach ab. Er staubt mich einfach ab. Er staubt mich einfach ab. Was soll das? Puddingsaft. Was soll das? Das ist eine Schweinerei, was du hier gemacht hast. Staubt mich einfach hier ab. Aber, Leute. Ich möchte das Video erst mal jetzt machen. Weil, ähm, lieber ist kein so ein Video, wo ich nicht gewinne. Statt, dass gar kein Video kommt. Und dann irgendwie ihr enttäuscht seid, weil kein Video kommt. Deswegen, Leute. Kommt jetzt dieses Video. Ihr wisst jetzt, dass am 4. September kein Sims 4 kommen wird. Erst dann eben, wenn die Mac-Version released ist. Aber ich werde jetzt trotzdem versuchen, jeden Tag ein Minecraft-Video herzuzaubern. Ähm, ich werde mir jetzt wieder Premium holen, damit ich diesen neuen Mind-Break, oder wie der Spielmodus heißt, antesten werde. Und, ähm, die nächste Ender-Game-Stone, da hoffe ich, dass es besser wird. Und, ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich habe gesehen, dass, ähm, das jetzt verändert wurde. Dass das jetzt, ähm, neu ist. Das, ähm, also das Design, das gefällt mir eigentlich echt gut. Und wenn es euch gefallen hat, einfach auf den Daumen nach oben klicken. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Macht's gut und ciao. Tschüss.